Ein Hallo an alle Zuhörer, hier ist wieder der Callcenter Crusher für euch. Im heutigen Video versucht mich ein Betrüger aus dem Königreich, um mein Geld zu bringen. Die sind königlich, und zwar königlich uninformiert und dumm. Kein Wunder, dass ich dort nicht so wirklich investieren wollte. Habt Spaß mit dem Video, auch diesmal geht's nach dem Intro los. Ja bitte? Herr Zugschmidtmeier? Ja, wer ist da? Stefan Meier ist mein Name. Ich rufe Sie an von Kingdom Investments. Sie haben sich für unser Projekt Bitcoin 360 angemeldet. Ja. Richtig? Ich habe aber festgestellt, dass die Account noch nicht aktiv ist. Hatten Sie ein technisches Problem? Nö, noch nicht. Ich weiß ja noch gar nichts über Ihre Seite. Ich habe ja keine Informationen darüber. Okay, das ist ja kein Problem. Deswegen, Sie kamen wahrscheinlich auf der Seite nicht weiter. Deswegen haben Sie auch keine Informationen. Ich bin bereit, Ihnen die Informationen zu geben und Ihnen zu helfen, Ihr Account zu aktivieren. Ja? Okay. Wie Sie sich erkundigt haben, geht es ja um Investitionen, passives Einkommen. Richtig? Das ist richtig, ja. Ja. So, Sie haben sich jetzt für den Projekt Bitcoin 360 angemeldet. Es geht um Kryptowährungen. Ja? Ja. Ich möchte Ihnen aber mitteilen, dass wir nicht nur mit Kryptowährungen arbeiten, sondern mit kompletter Börse. Ob es Metall, Währung oder Sonstiges ist, ja. Sie können aber selber entscheiden, in was Sie am besten investieren möchten. Mhm. So, sagen Sie mir einmal, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich schon? Ich hatte schon mal, ja. Richtig. Okay. Haben Sie selber gehandelt? Also getradet? Ja. Okay, also ohne Hilfe? Ja, richtig. Okay, weil wir haben in unserem Unternehmen für Kunden, die eventuell nicht so viel Ahnung haben oder einfach Unterstützung brauchen, Finanzberater. Das sind studierte Finanzwissenschaftler, die Ihnen auch dabei helfen können. Das minimiert einfach das Risiko, dass die Geld verlieren, ja. Okay. Wir haben natürlich auch ein automatisiertes System, ja. Das ist eine App, wo die Algorithmen für Sie handeln, ja. Das minimiert natürlich auch das Risiko, aber das minimiert auch den Verdienst, weil die sind so eingestellt, dass die, dass die erstmal, also die gehen in viele Deals rein mit wenig Geld, damit die maximalen Gewinn haben, ja, und minimalen Verlust. Und dadurch minimiert sich das Risiko, aber der Gewinn minimiert sich dann auch, ja. Ja. Mit den Finanzberater können Sie eine Strategie natürlich ausarbeiten, wo Sie auch mehr verdienen können. Herr Zucksmittmeier, sagen Sie mir einmal, mit welcher Summe wollten Sie anfangen? Das steht ja noch nicht fest, weil ich kenne ja Ihre Firma noch gar nicht. Okay. Also Sie können mindestens mit 250 Euro anfangen. Das ist ja Kleingeld. Ich wollte ja langfristig investieren. Genau. Sie können, das ist ja für die Aktivation. Damit Ihr Konto aktiviert ist, muss ja eine Zahlung eingegangen sein, ja. Sie können das mit 250, 500 oder 1000 Euro anfangen. Und mehr geht nicht? Danach, nachdem wir Ihre Account aktiviert haben, werde ich ja Ihre Account an den Finanzberater weiterleiten, ja. Und mit denen arbeiten Sie dann an landfristige Investitionen, wo Sie und wir am besten investieren können. Da können Sie auch 10, 50, 100.000 Euro investieren, wie Ihnen beliebt ist, ja. Also das ist nur... Das augenblick, das verstehe ich Ihnen nicht so ganz. Ich muss erst etwas einzahlen, um hinterher mein Portfolio zu erstellen? Nein. Gucken Sie, wie Sie selbst gesagt haben, ja. Sie kennen es nicht. Sie sind... Wir kennen Sie ja auch nicht, ja. Damit ich Ihre Account aktiviere, so, damit da ein Eingang stattfindet, ja. Damit wir einen Eingang registrieren, mit was Sie erst mal arbeiten können, ja. Ja. Fangen Sie erst mal an mit 250, 500 oder 1000 Euro. Das heißt, ich soll bei Ihnen erst mal investieren und kann hinterher erst gucken, ob die Firma und der Berater für mich passt überhaupt. Sie können danach reinvestieren, ja. Ja, aber das heißt, bevor ich Informationen kriege, mit welchem Berater ich zusammenarbeite, muss ich erst mal einzahlen. Verstehe ich das richtig? Ich kann Ihnen natürlich die Informationen auch geben. Also ich kann Ihnen unsere Webseite, unsere Homepage-Seite zusenden. Ja, dann machen Sie das doch bitte. Ich dachte, Sie haben sich schon ein bisschen informiert, weil normalerweise die Kunden bekommen schon direkt ein E-Mail von uns. Ja, nee. Haben Sie wahrscheinlich noch nicht bekommen, ja? Nee. Ja. Und in dieser E-Mail steht alles, was ich wissen muss, oder was? In dieser E-Mail haben Sie dann unsere Homepage-Seite, dann, ja, und auf unserer Homepage-Seite können Sie eigentlich alle Informationen entnehmen, die Sie brauchen. Natürlich. Was möchten Sie denn gerne wissen? Vielleicht so. Ja, ja, erst mal möchte ich gerne wissen, zum Beispiel, wo Sie sitzen als Firma, wo Sie gemeldet sind, wo Sie reguliert sind. Okay, das kann ich Ihnen auch zusenden, unsere Lizenz kann ich Ihnen auch zusenden. Wir sind durch englische Behörde registriert und werden dadurch auch kontrolliert, ja? Mhm, okay. Das heißt, Sie sitzen in England? Nein, wir sitzen in Berlin, also unsere Filiale befinden sich in Berlin, nur die Lizenz ist in England, ja? Weil alle seriöse Firmen quasi eröffnen deren Filialen, also Hauptfilialen in England, in London, ja? Nö, also ich arbeite ja momentan auch mit einer Firma aus Deutschland und die sitzt bei BaFin reguliert. Die sind durch BaFin reguliert. Gut, wie Sie wissen, BaFin ist auch ein Nicht-Regierungsunternehmen, ja? Das ist wie TÜV. Ja, aber wie reguliert? In England wird man durch Finanzministerium reguliert, also untersucht und so weiter, ja? Also in England ist es, glaube ich, die FCA, richtig? Gov UK. Die was? Gov UK. Das ist die Regierungsseite von Finanzministerium. Ja, aber die Behörde ist die FCA, richtig? Ja, das ist das. Das kann ich Ihnen jetzt so auf einen Schlag nicht sagen. Ja, also soweit mir bekannt wird, gibt es in Großbritannien nur zwei verschiedene Finanzregulierungsbehörden. Das ist die PRA und das ist die FCA. So, Sekunde, ich sag Ihnen sofort. Also hier steht, dass wir direkt vom Finanzministerium kontrolliert werden. Nein, es gibt ja in England nur zwei. Das ist einmal die FCA.org.uk zum Beispiel. Also hier steht gov.uk, das ist die Regierungsseite. gov.uk Das ist ja, das sagt ja nur aus, dass sie von den Regierungsbehörden sind. Aber eine Regierungsbehörde macht ja viel mehr. Die ist ja nicht zuständig, um Finanzen zu regulieren. Finanzministerium, genau. Ja, aber... Also sind Sie weder bei der FCA reguliert und auch nicht bei der PRA, richtig? Also muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich bin eigentlich dafür da, dass ich Ihnen Ihre Account helfe, Ihre Accounts zu aktivieren, ja? Ja gut, aber dazu muss man doch erstmal wissen. Das muss man doch... Bankverbindung zu senden und so weiter. Alles weitere macht der Finanzberatung, also... Ja, und die Finanzberatung, die kriege ich erst, nachdem ich eingezahlt habe, richtig? Ja, das ist richtig, ja. Ja, das ist doch selten nämlich. Sie würden sich ja auch kein neues Auto kaufen, ohne es vorher Probe zu fahren, oder? Sie können auch jede Zeit ihr Geld zurückziehen, das ist ja gar kein Problem. Es geht ja, wie Sie selber gesagt haben, 250 Euro, das ist jetzt nicht die Welt. Und so läuft das eben ab bei uns. Ja, das, okay, das ist schon, ja gut, weil man hört ja sehr viel von Firmen, die dann einfach nicht zurückzahlen können. Deswegen bin ich da jetzt erstmal skeptisch. Also wir sind seit zehn Jahren auf dem Markt, das beweist unsere Lizenz auch und bis jetzt hatten wir gar keine Probleme damit. Ja, ich weiß ja noch nicht, wo Sie lizenziert sind, das sagen Sie ja nicht. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Das ist eine Festnetzrufnummer, da gibt es kein WhatsApp. Ah ja, stimmt, 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 stimmt. Äh, Moment. Also b.r.suchschmiedmeier.gmail.com Das ist richtig. Ihre E-Mail-Adresse, ja. Haben Sie ein E-Mail von mir bekommen? Ich habe sie heute angeschrieben. Kann ich mal nachgucken. Jawohl. Wie war der Name? Stefan Meier. Ja, da ist eine E-Mail gekommen, ja. Okay, weil ich habe sie schon vorher versucht zu erreichen. Ja, ich bin ja... Gut, aber äh... Aber da steht ja gar nichts drin. Nein, nein, da steht auch nichts drin, weil ich sie erstmal erreichen wollte. Ich schicke Ihnen jetzt unsere Lizenz per E-Mail und dann können Sie mir vielleicht sagen, was Sie meinen. Ja, genau, dann schicken Sie... Gut, okay. Dann schicken Sie mir die erstmal, dann sehen wir dann weiter. Und dann können wir uns in der Zwischenzeit, bis die E-Mail da ist, ja, darüber unterhalten, wie bei Ihnen eingezahlt wird und so weiter. Genau, also Sie haben zwei Möglichkeiten. Aber schicken Sie erstmal die E-Mail, dann sehen wir ja weiter. Während Sie die E-Mail schicken, können Sie mir das ja dann erklären. Ich bin ja schon dabei, Ihnen ein E-Mail zu senden. Das ist gut. Man hört den nicht. So, und dann die Homepage schicke ich Ihnen auch den Link zu unserer Homepage schicke ich Ihnen auch zu, ja. Ja, gerne. Und klappt's? Ja, ich bin fast fertig. Sehr schön. So, E-Mail ist raus. Können Sie einmal nachschauen. Ja gut, das ist ja keine Lizenznummer. Ich wollte ja einfach nur die Lizenznummer haben. Sie können Ihnen ja den Link folgen. Ja, naja, mit Links bin ich inzwischen ein bisschen vorsichtig. Dann können Sie, also wenn Sie vorsichtig sind mit den Links, dann können Sie ja die Endnummer bei den Link. SD 428631, das ist die Nummer. Ja, okay. Ja bitte. Ich hab Sie nicht mehr gehört. Ah, ja, ja, ich sehe auch irgendwie nicht. Okay. Ich weiß nicht, was da los war. Keine Ahnung. Haben Sie nachgeschaut? Haben Sie gesehen? Ne, noch nicht so genau. Aber ich hab, ich kann ja mal gucken. Aber das Problem ist, äh... Sie wissen ja gar nicht, wo Sie reguliert sind. Es gibt ja nur die zwei Regulierungsbehörden. Deswegen verstehe ich das Ganze nicht. Also Sie, äh, SIC, ist das richtig? Nein, also Regulierungsbehörde nicht. Also ich weiß, dass wir durch Finanzministerium von Großbritannien, äh, reguliert sind. Ja? Ja, aber es gibt doch nur zwei. Gucken Sie doch einfach mal nach. Weil, ganz klar, es gibt nur die PRA und es gibt die FCA. Mehr gibt es nicht. Das können Sie mir also nicht sagen, wo Sie reguliert sind. Kann ich Ihnen sofort sagen. Moment, ich, äh, ich schaue mal nach. Das hatte ich ja gefragt. Und, äh, welche Rolle spielt das, wo wir reguliert sind? Für Sie dann persönlich? Wenn ich Geld investieren will, dann will ich natürlich wissen, mit wem ich da zusammenarbeite und wo die reguliert sind. Ganz einfach. Ja, ja, aber was ist der Unterschied zwischen den zwei Organisationen? Ja, momentan weiß ich ja noch gar nicht, wo sie reguliert sind. Deswegen möchte ich gerne wissen, wo sie reguliert sind. Und das konnten Sie bis jetzt ja noch nicht sagen. Moment. Ja, weil ich, äh, der kleinste, äh, Mensch in dieser Firma bin, ja. Ich bin, äh, für die Aktivierung von Accounts zuständig. Ja, gut, und dann... Und, äh, die Fragen, die dann kommen, muss ich dann natürlich nachforschen, ja. Ja, natürlich. Ist schon schlimm, dass andere Anleger gar nicht, äh, wissen wollen, wo, wo sie reguliert sind. Die, die bekommen dann alles, äh, nachdem die ihre Handelskonto aktiviert haben. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich muss erst, ich muss erst aktivieren und erfahre hinterher, bei wem sie reguliert sind. Wenn sie gar nicht reguliert sind, dann ist mein Geld weg. Ja, das ist, äh, das ist jetzt ihr Denken, natürlich. Die anderen, äh, natürlich, ich weiß ja doch nicht, wo sie reguliert sind. Und wenn sie gar nicht reguliert sind und ich Geld einzahle, dann ist mein Geld weg. Also, bis jetzt habe ich das noch nie erlebt, dass, äh, unsere Kunden irgendwie Geld verloren haben, oder... Na gut, sie sind ja, wie sie gesagt haben, der kleinste Mitarbeiter der Firma. Dann werden sie auch nicht den kompletten Überblick haben. Ja, aber ich habe ja ersten Kontakt mit den Kunden. Ja gut, den zweiten Kontakt würde es dann gar nicht mehr geben, wenn sie nicht reguliert sind. Um Gottes Willen, also, äh, sowas, äh, passiert uns nicht. Ich würde ja sonst, äh, tausend E-Mails bekommen, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld. Und solche Firmen existieren nach, nach zwei Wochen nicht mehr, ja. Wir sind, äh, seit zehn Jahren auch mal. Na gut, also, dann sagen Sie mir noch mal, wo sind, wie, wie ist Ihre Firmenseite? Das können Sie mir dann in der Zwischenzeit mal sagen. Kingdom Investment Management. Also, die Firma heißt? Kingdom Investment. Kingdom Investment. Ja. Investment. Ein, ein Wort. Wie in mein E-Mail steht. Und dann, äh, welche, welche Endung? Also, Kingdom-Investment.io. Aha, okay. Minus Investment.io. Und das ist, äh, und diese hat, ihre Firma besteht seit, äh, über zehn Jahren. Seit 2012. 2012, okay. 19. Juli 2012 wurde die, äh, gegründet. Mhm. Nö, die gibt es nicht unter deren Name. Augenblick. Vielleicht habe ich mich auch verschrieben. Ah ja. Invest-ment. Ja, Augenblick. Ja, ich habe mich nur verschrieben. Kein Problem. So, das ist ihre Webseite. Seit, wie viel, seit zehn Jahren. Genau. Ist aber komisch. Seltsam. Sie, die, die Domain wurde erst am 22.10.2022 erstellt. Die Webseite ist gerade mal 53 Tage alt. Die wurde erneuert. Ja, ja, ja. Man, äh, nein, nein, nein. Man kriegt ja was dazu und sowas, ne? Nein, nein, eine Webseite, wenn man eine Webseite hat, dann kann man die, äh, den Inhalt neu machen, aber die ganze Webseite wird nicht erneuert. Dann ist sie erst, äh, das ist die, die Erstellung dieser Webseite, kingdominvestments.io. So, die wurde erst am 20.10.2022 erstellt. Und da gab es vorher keine. Also, ich habe, ich habe keine Änderung gesehen. Ich arbeite seit drei Jahren in dieser Firma. Ja, aber nicht mit dieser Webseite. Ich sehe das. Vielleicht sehen Sie das nicht, weil Sie nicht wissen, wo Sie recherchieren müssen, aber ich sehe das. Und, äh, wo sehen Sie das? Das muss ich Ihnen ja jetzt nicht verraten. Ich sehe ganz genau, wann es, äh, wann sie, äh, created wurde. Nämlich am 20.10.2022. Damit ist sie 53 Tage alt. Abgedatet wurde sie am 15.11. das letzte Mal. Und auslaufen tut sie am 20.10.2023. Also, wenn Sie möchten, ich kann Sie mit unserer, äh, IT-Abteilung verbinden und dann, äh, können die Ihnen, äh, eventuell mehr sagen. Ja, das wäre doch schon mal nicht schlecht. Okay, eine Sekunde, bleiben Sie kurz dran, ja. Hallo. Hallo. Schöne guten Tag. Mein Name ist Stefan Arter. Ich bin von der IT-Abteilung. Äh, Sie sind Herr Zugschmidtmeier. Sprecht er, äh, richtig aus? Ja, das ist richtig. Okay, äh, der Kollege hat mir gesagt, dass Sie da irgendwelche Fragen haben, die ich Ihnen vielleicht irgendwie beantworten kann. Ja, er hat, sagte mir, dass Ihre Webseite, äh, kingdom-investments.io, ja schon zehn Jahre alt ist. Ja. Und das stimmt nicht. Die wurde am 10, am 20.10.2022 erstellt. Ist also 53 Tage alt. Ähm, sprechen wir gerade über die Lizenz oder über die Webseite? Wir sprechen über Ihre Webseite. Die Lizenz konnte mir, bei der Lizenz konnte er mir ja auch schon nicht mehr sagen, wo sie, wo er lizenziert ist. Wo die Webseite oder die Firma lizenziert ist. Vielleicht können Sie mir das ja sagen. Ähm, okay, jetzt mal zurück zu der Frage mit der Webseite. Welches Daten haben Sie da genannt? Das ist am 20.10.2022. Also 20. Oktober. Richtig. Dieses Jahr. Ist korrekt, die Lizenz zu der Seite wurde am 10.10.2022? Nein, 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 nicht die Lizenz. Die Webseite wurde erstellt. Nein, 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 ich meine die Lizenz zu der Webseite. Wir zahlen eine... Für Webseiten gibt es keine Lizenz. Es gibt nur einen Domainvertrag, der da erstellt wurde. Für diesen Namen zahlen wir einen Betrag, der uns erlaubt, diesen Namen zu halten. Ja, das ist eine Domain. Das ist keine Lizenz, das ist eine Domain. Früher war das ein bisschen andere Seite. Das war nicht kinddominusinvestments.io. Das war früher kinddominvestments.com. Aber den Domain hat jemand verkauft. Die Lizenz zu diesem Namen konnten wir nicht erstellen. Darum haben wir den Namen geändert. Ja gut, aber... Das ist jetzt kinddominusinvestments.io. Ja gut. Vielleicht ist es so ein bisschen, Sie verwirrt da, glaube ich, aber... Augenblick, wenn Sie die alte Webseite gehabt haben, dann können doch nur Sie diese Webseite auch verkaufen als Inhaber der Webseite. Ja, Sie wissen ja, wie viele jetzt, wenn Sie sich da eigentlich auskennen, dann wissen Sie ja, wie viele es Menschen jetzt gibt, die versuchen, die gleichen Namen von Seiten, die gleichen Seiten zu erstellen wie wir, um sozusagen Menschen zu verwirren, damit die ihr Geld irgendwo in dritte Seiten investieren. Ja gut, aber es ist wirklich schwierig. Ich kann Ihnen nicht den ganzen Prozess erklären, aber es ist wirklich schwierig, den Namen zu halten, so wie er es ist. Also ich meine den ursprünglichen Namen. Aber wir machen unser Bestes sozusagen. Ja gut, aber wie gesagt, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt natürlich ist natürlich, dass Ihre Kingdom Investments.io, die habe ich mal gegoogelt. Okay. Und was haben Sie schon, können Sie mal raten, was ich da als Ergebnisse bekomme? Ich kann mir vorstellen, aber ich habe auch schon auch eine gute Antwort für Sie. Na, dann schießen Sie mal los. Wie ich verstehe, haben Sie also Kingdom-Investments.io gegoogelt und Sie sehen da, gleich werde ich das auch bei mir in den Google eingeben, damit ich das gleiche Bild sehe, was auch Sie sehen, irgendwas über Betrügerei oder sonst irgendwas, richtig? Ja, natürlich. Da kann ich Ihnen sofort auch die Antwort geben. Sie sehen da wohl, in Westkington kann sein, einen, sagen wir mal, wo war nochmal die Seite, über Spam-Verdacht, über Betrüger-Verdacht und solches können Sie da finden. Nein. Das ist nicht unsere Sonderheit. Ja, nein, ich bin auf einer, ich bin auf einer, ich habe ein bisschen andere Möglichkeiten zu googeln, wie Sie offensichtlich. Weil hier wird von einer Anwaltskanzlei oder von mehreren Anwaltskanzleien direkt vor Ihnen speziell gewarnt. Vor uns speziell? Ja, genau. Kingdom-Investments.io Und welche Kanzlei ist das, wenn ich fragen darf? Das werde ich Ihnen so nicht verraten. Das können Sie selber rausfinden, wenn Sie so gut googeln können. Augenscheinlich haben Sie nicht die Informationen, die ich habe. Und wenn ich Sie dann sagen darf, was steht da in dem, was Sie da jetzt liegen? Das ist Anlagebetrug, schlicht und ergreifend. Man wird genötigt, man wird genötigt, weiter einzuzahlen, weil es angeblich gut läuft. Und dann wird man, wenn man dann auszahlen will, wird man genötigt, irgendwelche Steuer- oder Investitionsverknüpfungen nochmal zu überweisen. Und im Endeffekt ist das Geld weg. Also wirklich, ich höre sowas zum ersten Mal. Das wundert mich, dass Sie das zum ersten Mal hören. Also, wie schon gesagt, ich bin nur von der IT-Abteilung. Ich bin nur dazu zuständig, damit das ganze System eigentlich auch funktioniert. Alles, was ich Ihnen ja sagen kann, ich weiß, wie viele Konkurrenz wir auf dem Markt haben. Und welche Rezensionen man jetzt im Internet kaufen kann, das muss ich Ihnen nicht erzählen, wenn Sie einen besseren Google, sagen wir mal, haben als ich. Und das ist ja nicht der einzige Punkt, der mich misstrauisch werden lässt. Okay. Ja, das fängt ja allein an, dass Sie mich anrufen. Sie haben ja gar keinen Double Opt-in, um mich anzurufen. Nochmal, was haben wir nicht? Ich habe Sie ja kurz nicht verstanden. Ein Double Opt-in. Ich meine, dass wir keine Genehmigung haben, mich anzurufen. Ähm, also, wir rufen Sie ja an, weil bei uns ein Fehler gemeldet wurde, dass Sie die Einzahlung nicht ticken konnten. Nein, Sie haben gar keine Genehmigung, mich anzurufen. Sie haben eben dieses Double Opt-in nicht. Sie wissen gar nicht, ob ich das war, der mich eingetragen hat. Sie sehen dann nur diese Telefonnummer und wissen gar nicht, ob ich das bin. Darum rufen wir ja auch an. Warum brauchen Sie ein Double Opt-in, um sich zu verifizieren, dass Sie mich anrufen dürfen? Das ist Deutschlandgesetz. Und Sie machen nichts anderes als eine Kaltakquise. Ist auch verboten. Sie haben sich auf der Webseite angemeldet mit Ihrem Namen, Nachnamen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Was haben Sie denn erwartet am Ende? Dass ich nicht angerufen werde. Keine seriöse Firma ruft einfach so an, wenn man sich irgendwo anmeldet. Wie schon gesagt, Sie haben sich da angemeldet, Sie haben versucht, Ihren Account zu aktivieren. Geben Sie mir bitte eine Sekunde. Und wir haben einen Report, bei mir steht hier, dass das Konto aus irgendwelchen Fehler nicht aktiviert wurde. Darum hat Sie meinen Kollegen ja auch angerufen. Ist ja nicht schick daran. Ich habe gar nicht versucht, das Konto zu aktivieren. Okay, und bei welchem Punkt waren Sie dann? Ich habe mich angemeldet. Und mehr nicht. Okay, und was haben Sie dann eigentlich gewollt? Ich wollte mich einfach mal informieren, welche seltsamen Scammer-Firmen mich dann tatsächlich noch anrufen. Und das ist ja offensichtlich, dass Sie eine Scammer-Firma sind. Und Sie rufen ohne Double-Opt-In, ohne Genehmigung an. Und ja, Sie können Ihre Lizenz nicht nennen, wo Sie reguliert sind. Das sind viele kleine Fakten, die mich dazu bringen, zu sagen, Sie sind eine Scammer-Firma. Warten Sie bitte eine Sekunde. Also ich erstmal wollte Ihnen, der Kollege, ja nur helfen, um klarzustellen, was bei Ihnen schiefgelaufen ist oder ob irgendwas eigentlich schiefgelaufen ist oder nicht. Ja, trotz allem. Man hat von Ihnen ja kein Geld genommen. Ja. Das ist immer noch Ihre Entscheidung. Ja, aber das fängt ja allein darin an, dass er nicht mal sagen konnte, wo Sie lizenziert und reguliert sind. Naja, das ist ja ein kleiner Mensch in der Firma, so wie ich ja auch. Ja, aber es ist derjenige, der als erstes mit den Kunden in Kontakt kommt. Und der kann das nicht sagen... Sie verstehen nicht, was da falsch ist. Ja, ich kann es Ihnen sagen, weil er konnte nicht sagen, wo Sie reguliert sind. Der hat keine Ahnung von dem System. Der hat keine Ahnung, wo man in England reguliert und registriert ist. Wie ich Ihnen das sagen kann, ist er eher nur ein Accountmanager. Alles, was sein Job ist, ist Ihnen bei der Anmeldung zu helfen und die Handelskontos zu vermitteln. Ja, dann sagst du mir doch, wo Sie reguliert sind. Hat Ihnen der Kollege die Lizenzkummer gesendet? Das können Sie doch selber prüfen. Ja, wo denn? Wo, wo denn? Sind Sie bei der FCA oder bei der PRA reguliert? Wenn ich Ihnen jetzt eins von beiden nenne, was wird das ändern? Dann kann ich das überprüfen, ganz einfach. Dann könnten Sie schon in dieser... Dann könnten Sie schon das bei beiden Seiten in dieser Zeit schon überprüfen? Ja, ich sage ja, Sie können es mir noch nicht mal sagen, wo Sie reguliert sind. Ganz einfach. Sie können mich ja vom Gegenteil überzeugen, indem Sie sagen, wo Sie reguliert sind. Kommt nichts, ne? Also, okay. Tut mir leid, dass ich vielleicht in diesen Fragen nicht der Beste bin, der Ihnen das beantworten kann. Der Kollege hat mir das gegeben, damit ich Ihnen bei irgendwelchen technischen Problemen helfen kann. Also ich bin nicht mehr für die Lizenz eigentlich zuständig. Ja, es ist niemand zuständig, der das sagen kann. Das ist das Problem an der Sache. Wie schon gesagt, niemand drängt Sie zu irgendwas. Niemand sagt Ihnen, dass Sie hier irgendwas machen müssen. Wir haben Sie ja nur angerufen, weil ich Sie auf meinen Bildschirm gesehen habe. Und schon das war illegal. Und schon das war illegal. Anzurufen, ohne eine Genehmigung dafür zu haben. Dann sagen Sie mir doch einfach, das müssen Sie ja auch als die Themen auch wissen. Wo in England sitzen Sie denn genau, in London? Die Adresse bitte. Dieses Office, wo wir Sie anrufen, sitzt nicht in London. Ach, so. Und wo ist es dann? Berlin. Ach, in Berlin. Komisch. Und Sie rufen mit einer englischen Rufnummer an. Okay, wo in Berlin sind wir denn da? Das Office. Das ist IP-Telefonie, von dem ich Sie erst mal anrufe. Die Nummer wird automatisch ausgewählt von der freien Linie. Ja, es ist in Deutschland auch schon verboten. Sie rufen aus Deutschland an. Sie müssen eine deutsche Rufnummer haben. Die gibt es in unserem Register. Eine deutsche Rufnummer haben wir. Das System hat nur automatisch eine... Bei Ihnen müsste ja gerade, wie ich das sehe, nicht eine englische Rufnummer stehen, sondern Österreich. Nein, Englisch. Können Sie mir bitte dann die Vorwahl sagen? Das ist 044. Bei Ihnen steht auch nur 044. Genau. Okay, dann müsste wohl ein Fehler in meinem System sein. Das tut mir leid. Ja. Und wieder ein Fehler mehr. So, dann wo sitzen Sie denn in Berlin? Das kann ich Ihnen leider nicht verraten. Ich kann Ihnen den Hauptsitz von dem Office von London geben. Das ist kein Problem für mich. Aber den Hauptsitz von Berlin kann ich Ihnen leider nicht geben. Und wieder ein Fakt mehr, der mir sagt, dass Sie ein absoluter Scam-Betrüger sind. Fällt langsam auf, dass Sie ganz schön viele Sachen nicht erklären können. Es fällt wirklich extrem auf. Sie sind also eine Betrüger-Firma. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen dazu nichts mehr und nichts weniger sagen. Sie können Ihre Meinung so erstellen, wie Sie das möchten. Ja, genau so werde ich das auch tun. Machen Sie es so, wie es für Sie besser ist. Ja, genau. Also wie schon gesagt. Und ich werde jede Menge Leute davor warnen, bei Ihnen zu investieren. Wenn Sie machen, wenn Sie daran glauben. Ja, das geht hervorragend. Über YouTube ist das klasse. Dann kann ich mich nur freuen, das Video zu sehen. Ja, sehr gerne. Wenn es Ihnen dann nichts ausmacht, senden Sie dann bitte die Linken zu dem Video. Das werden Sie, Sie können doch so gut googeln, dann werden Sie das schon finden. Trotzdem, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann ist es doch zweit. Macht es aber. Macht es aber. Okay, und dann unter welchen Namen soll ich dann das googeln? Ja, das werden Sie dann auch schon finden. Das werden Sie dann schon finden. Sie können doch so gut googeln. Ja, kann ich. Und ich habe ja auch schon verstanden, mit wem ich da eigentlich spreche. Darum lassen Sie uns nicht die Zeit von einander nehmen. Ich nehme mir sehr viel Zeit für Sie. Weil in der Zeit können Sie niemanden anderen anrufen und betrügen. Wie schon gesagt, Sie können Ihre Meinung so erstellen, wie Sie das möchten. Mache ich auch. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, den wünsche ich mir auch. Ihnen allerdings nicht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017